Wow, das sieht so gut aus. Eigentlich könnte ich ja mal gucken, welche Treppen und Stamm machen hier. Hier sind Farbabwechslungsreinkrieger. Das. Hm? Was tut das für dich. Sehr gut. Hallo. Hallo. Einmal das da. Einmal das da. Du hast mir einen Kuchen gemacht. Einmal das da. Lecker schmecker. Einmal das da. Du hast es blöd, dass die Butter haben. Danke. Komm, ich will das da. Ich will das nicht. Ich weiß es nicht. Die Sonntagkatze. Welche Sonntag? Wahrscheinlich da viel raus. Warte, die haben wir noch was. Ja, jetzt ist oben. Könnte auch sein. Ja, doch. Wird aber langsam. Das Haus mit dem Fenster wird es mal besser. Schau, was sagst du? Lieber aus Steinen die Fenster machen oder Steine... Holz? Ich weiß nicht, aber Schatz, die haben noch ein paar Steine liegen. Guck. Warte kurz. Guck. Was? Wann hier auf deinem Bildschirm? Ja. Holz fände ich besser. Warte, es sind Holz da oben. Kannst du mir in den Stall gehen? Na gut. Ja. Der Vorteil ist, seit ich hier unten Treppen hin gemacht habe, kann man wenn man davor steht, perfekt runter gucken. Also einfach über die Schräge hier weiter ausdrücken. Ja. Holz findest du besser? Holz fand ich besser. Unangenehm. Was? Was? Guck mal, wenn die Krone, aber die Nase hoch kommt. Ja. Nicht so geil. Oh, unangenehm. Ja. Um Sticks zu machen, kriege ich normale Holz. Möscher? Mhm. Brauchst du hinterher ein Werkzeug? Möscher? Gerade bin ich wunschlos glücklich. Mit meinen drei Blöckchen, die ich hier habe. Also können gleich mal gucken, dass wir ins Bettchen kommen. Das auch. Auch wenn wir heute überhaupt nicht viel gelabert haben. Ja. Ja. Macht nichts. Zwischen und durch muss das auch noch rein. Ich hoffe nicht, dass ihr quatscht. Dafür sind wir jetzt weitergekommen bei uns hier. Mhm. Corona macht das schon. Ja. Oh, schade. Knatter Konzert. Ja, aber wichtig. Du kannst mal hier hinkommen und ein paar Fackeln aufhängen. Ja, zur Seite. Aber wir können auch erst mal hinlegen. Ja, das auch. Hey. Meine Bettseite. Da schwitze ich rein. Das ist eine eiseren Rüstung. Ja. Die ich nie ausziehe. Da war ich schon drin. Festkleber. Ja. Schatz, guck mal hier auf meinem Bildschirm. Okay. Dieses Schaf. So, ist gut. Dann, äh, man guckt, dass ich diese Front hier hinkriege. Von der Schöne ist, hier oben können wir entweder Bilder reinmachen, eine Karte oder sogar Truhen. Hier oben. Ja. Hier oben. Und in der Mitte wollt ihr eventuell automatisch Truhen Lager reinmachen. Mal gucken. Klatsch. Okay. Danke. Hier wieder oben. Ich hab die Farben hingestellt. Ich glaube, es ist genug ausgeleuchtet. Sehr gut, danke. Ich hab nur noch ein bisschen Stück. Na, ich würde mich freuen. Brauchst du noch das Futter? Nee. Ja. Oh mein Gott, das ist so großartig. Jawohl. Oh, das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Die ist bestimmt sehr wichtig gewesen. Ciao. Wie geht es dir? Mir geht es gut und dir? Mir geht es auch gut. Das war wahrscheinlich immer. War nach vorne Minekraft gespielt. Ich meine... Auf der Arbeit. Türen zusammengeschraubt. Viel zu lange für eine Tür gebraucht. Ich habe schon ewig keine Tür mehr gebaut. Ich wusste nicht mehr genau wie man die zusammenbaut. Da muss ich erst mal wieder meine Gedanken auffrischen. Das hat lange gedauert. Das ist so großartig. Eine Hebeschiebetür. Also die... Normalen... Stehenden... Die normalen... Äh... Festen... Türen... Die kann ich... Auch schnell bauen. Das ist kein Problem. Aber die... Die... Festflügel... Aber die... Schiebetür... Die dauern was länger. Aber ich denke mal, ich sollte es hier drin haben, dass ich morgen die nächste Tür relativ schnell hinbekommen sollte. Ja. Okay. Okay. Ah, das ist ein Pfeil. Ich habe heute morgen Schule gemacht. Schule? Uh... Aber ich würde mal sagen, wir machen langsam mal auf die Bettchen fertig. Ja. Dann schon neun Uhr. Leute! Jetzt ist das Ende der Aufnahmestation. Ich hoffe, wir konnten ein paar coole Folgen rausschneiden. Trotz, obwohl wir wenig geredet haben. Leider ist das... Äh... Gerade mal so spät aufnehmen und schon von der Arbeit kommen. Recht... Äh... Schwer dann noch... Was rauszuhauen oder stark an Konzentration zu am Tage zu legen. Äh... Aber wir sind trotzdem vom Bauen her recht weit gekommen. Ich habe das Gebäude hier... Alle Wände. Ich habe das Dach fertig bekommen. Das sieht es von außen. Wenn wir mal hier mal so angucken. Vielleicht sogar von der Kirche aus. So aus. Da kommt so ein Halbdach drauf. Wäre es vielleicht von da drüben noch mal besser zu sehen. Nein! Na, bin ich. Ich habe hier jetzt besser. Ach klar. Da. Da. Vielleicht mal den Berg hier aus beobachtet. Da fährt sich noch eine ganze Menge. Aber da kommen natürlich noch viele Dekorationen rein und so. Da. Ja. Da ist auch schon sehr groß geworden. Aber da kommt auch viel rein, muss man dazu sagen. Ja. Ich habe es auch geschafft. Weil die sieht man echt nur die Hälfte von den Dingen. Ich kann gar nicht reingucken. Ja. Na ja, okay. Ich wünsche euch allen... Aber ich habe es geschafft. Aber ich bewege so. én? Äh. D